ja da hab ich mir verfehlt leider und tot bist du und auch der ist tot ja so knapp das war noch glaube ich die irgendwer hat hier so was cooles gegeben das will ich noch ich weiß auch nicht mehr wer das war ich bin mir nicht mehr sicher ach ja klar die knappen geben die metallteile die ich brauche für das quest für die quest alles für die quest so stirbt doch so schnell mal reingeschoben oder hexen da habe ich gar nicht mit gerechnet spüre den bankreis ich habe nämlich mit tages anbruch schwer rüstung tages anbruch schwer rüstung physische abwehr mal ist glaube ich besser na schnucke sieht auch gar nicht schlecht aus obwohl ich das sieht schon etler aus muss ich gestehen deswegen behalte ich das mal an wir sind jetzt hier gegen obwohl theoretisch gesehen könnte man ja moment der spaß kann weg das braucht kein schwein dann können wir hier den spaß mitnehmen wollen wir sind die besser als unsere die sind die sind die sind die sind schlechter als unsere wir können also theoretisch so lange wir in der höhle sind die hier ruhig anziehen da können wir euch mal ein bisschen kämpferischer wirken in der höhle steht auch richtig gut so auf jeden fall hallo stopp uah wie sieht das oh mein gott gut dass ich mir die rüste gerade angezogen habe ich jetzt sind zu viel schaden jetzt ein kassiert das wäre echt unschön geworden ok was ist jetzt hier na so knappe dieser knappe es gilt eine gute klappe stirb, 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 schluck dies nie grenzschwer, stroßstreitkaufen level 20 angriffsreichweite wesentlich mehr damage Ach ne Quatsch, das ist unser, ach ne, das ist unser ausgerüstetes, achso. Und die hat noch ne derbe Sehne. Dann gehen wir mal nach oben. Hier ist ja nichts mehr. Und klöppel mal den hier nieder. So, immer schön drauf. Ich gucke mal, ob wir irgendwelche Kombinationen mehr Damage machen. Von, äh, linker und rechter Maustaste. Leichte, exotische Panzerhandschuhe. Oh, exotisch, mag ich. Aktuelle Ausrüstung, äh, physische Abwehr wäre stärker da. Haltbarkeit ist besser. Und der magische Abwehr, ach okay, das ist alles so physische Abwehr. Ähm... 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 Was haue ich denn weg jetzt? Festgegenstände, Vorräte... Äh, dann können wir die mal anziehen. Passt noch besser zu dem Outfit. Da habe ich zwei Outfits, eins für magische Gegner, eins für, ähm, solche Gegner, das ist ziemlich geil. Weil dann kann sich hier ziemlich wenig Schaden jetzt. Eisenstachel Kriegshammer. Aktuelle Ausrüstung, Level 20, Level 20, fun. Hm, 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 hm. Okay, da wird nicht schlechter als unseres. Äh, nehmen wir mal die Metallteile dann noch mit und den Kriegshammer kann er ruhig behalten. Oh, hier müssen wir eins noch auslocken, das wird sonst nichts. Na, kommt mit, Jungs. Ich glaube, dass das hier aufladen muss, der andere schlag, und dann macht er mehr Damage. So, Metallschuppe, und scharfe, ja, aber, nee, Quatsch, das ist nicht der. Metallheide, da haben wir es noch. Bogen habe ich ja leider nicht, sonst könnte ich aus der Ferne mir welche rauspicken, aber das macht nix, wir haben ja hier den noch. Metallheide. Ich würde den Hexendoktor gerne rausholen, weil der ist ziemlich stark, wir haben noch 5 Gegner jetzt hier. Aber das macht nix, so. Ich versuche mal den Hexendoktor schnell zu besiegen. Ja, da ist man schon tot, siehst du. Ja, schnell mal deinen Schuppen hier mit 7. Klack, und drüber, und drauf, und runter, und... Ja, super. Und... Und... Die ist auch noch auf die Fresse. Klack, klack... So, was haben wir denn hier, Räuberstiebel, Nebel bedeckt, ähm, aktuelle Ausrüstung, physischer Wert, magieabwehr, die sind... Ne, ja, warte mal. Verstehen wir nicht ganz, wenn ich mir dieses Vergleiche, diese grünen Zahlen, sagen die aus, dass unsere Rüstung besser ist, oder sagen die aus, dass die andere Rüstung besser ist? Äh, physische Abwehr, physische Abwehr, magische Abwehr, magische Abwehr, magische Abwehr ist auf jeden Fall besser. Was, äh, ich sehe gar nicht, wo die ganzen anderen Werte stehen sollen, Konstitution, HP, ach da, ne, bin ich bekloppt oder so? Ach so, da! Äh, magische Abwehr, Konstitution, naja, zerbrochener Edelstein, brauchen wir auch nicht, okay. Äh, ja. So. Ähm, exotischer Speerhelm, Nebel bedeckt, äh, ähm, nein. Metallteile, den nehmen wir mit, dann haben wir hier noch, äh, den da haben wir ausgeblündert, ne, den haben wir nicht ausgeblündert. Ritter, Ritterrüstung, Nebel bedeckt, äh, ist eine Drachenrüstung, die können wir ruhig mal mitnehmen, wenn wir sie anpacken könnten. Können wir nicht, da lassen wir so liegen, ist mir mal egal. So. Nass auf Knappe, du hast doch wieder hier so ein paar, wunderschöne Steinchen für mich hier, oder ne, mein Freund? Ah, ich meine, ich habe Metallteile, aber ich habe Steine gesagt, warum machen wir es mal? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Und stirb! So, Metallteile, immer noch so ein Voodoo-Hexen-Doktor. Was? Boah, ich dachte, der haut uns jetzt runter noch. Moiche-Mörder-Handschuhe. Äh, nein. Ansonsten hat auch nichts Besonderes, okay. Nass auf Knappe. Du, 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 du. Ich habe noch einen Räuber, den wir auch noch in den Platz. So, klack, und weg ist es. Ich wollte euch gleich benutzen, aber es geht nicht, schade. Hab so ein bisschen Angst, hier an der Klippe zu kämpfen, wenn ich da auf die Fresse fliege. Oh, okay. Schnell, bleib machen, bevor jemand mitkriegt, dass ich hier bin. Ist ja auch ziemlich unauffällig, dass ich hier bin. Ich meine, das sieht man eigentlich fast gar nicht. Die fliegen nur tausend Fetzen durch die Gegend. Ja, weiß nicht. Ist halt unauffällig. Tagesbahn, Handschützer. Ne, danke. So, Hallöchen. Oh mein Gott. Ne, geht aber auch nicht ab hier. Lalalalalala, 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 lalalalalala. Attentäter-Amulett? Machen wir nicht, brauche ich gar nicht. Okay. Andaluzista halten, okay. Haben wir glaube ich schon welche gehabt, deswegen deckt sich das ja eh sowieso. Und drauf, die Fresse. Und da ist der Hauptmann. Nehmen wir hier mal rein und nehmen mal ein paar Leute mit. Na, kommt schon. Gut zuerst. Wuuu. Boah, schnell die sieben nehmen. So, den nächsten Doktor umhauen. Den Doktor, äh, was heißt den nächsten Doktor? Den Doktor umhauen, meine ich. Und ist hier den Typen noch. Bleib mal an. Klack. Epischer Endmove. Purer Drachen spielt da nämlich mit. Und die hier sind Level 14. Na gut, ich bin nicht so gut, wenn ich so. Seha-Amulett, nebelbedeckt. Das ist ganz schön teuer, muss ich gestehen. Würde ich gerne mitnehmen. Hochzeig ist voll, okay. Äh, dann halt nicht, okay. Wir haben hier noch den Hexen-Doktor. Wir haben hier noch den da. Die können mal mitkommen, beide. Nein, ich glaube, der kann gerade ein bisschen auf uns eintraschen, aber ist auch egal. So. Hildbewerben brauchen wir nicht. Und Pura-Tachensplitter. Super. Jetzt locken wir hier noch die Leute in eine Falle. So, kommt mal her. Wuhu. So, super. Wieder zwei Blatt gemacht. Das läuft ja super. Ich muss mal das Mikrofon ein bisschen mehr vor meinen Kopf tun, damit ihr mir auch ein bisschen was hört. Äh, alles mitnehmen. Das ist ein Knapp, oder? Da gibt es auch schon eine Einzelseite für die Schwester. Äh, los schnucke, nach ihm Blatt. Der Power of Woman. Hallo? Oh, Hauptmann. Hab ich gerade mitbekommen, die Sterne-Lufnahme? Also die Zweier. Ach so, Medaillteile. Alles nimm. Hallo, nimm die Medaillteile. Hä? Quest. Nee, Quest. Was haben wir denn hier? Rezeptur. Alchemie, der wird 20, braucht das. Super. Hab schon ganz ein Stack voll von diesen Dingern voll, deswegen konnte ich auch gerade nichts da mitnehmen. Okay. Na dann, komm her. Boah, da hat mir auch ganz schön die Presse gegeben, seit ich am Anfang. Sohn der Spaß, Junge. Na, wo dein Platz ist. Ich würde vielleicht meinst du auch mal holen. Oh, nein. Blüß. Hallo? Oh? Alter? Jetzt. Boah, Alter, es geht nicht ab. Das läuft gerade nicht so gut. Boah, Alter, 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 Alter. Alter Schwede, Alter Schwede, Alter, Alter. Alter Schwede. Ich kann gar keine Attacken richtig ausführen, ohne dass ich sterbe. Alter, Alter. Was war das? Bitte, wie der wiederbelehen möchte. Alter Schwede, wieso konnte ich kaum was machen, weil das war richtig krass. Aber mein Zeug habe ich ja hoffentlich noch. Ähm, ja, kann man machen. Okay, nochmal nicht. Ihr habt Dracheninsignien erhalten. Sammelt sie, um Items auf dem Dracheninsignienmarkt im Marktplatz zu erwerben. Manche Spielfunktionen können auch mit Dracheninsignien bezahlt werden. Okay, ähm, gehen wir auf dem Marktplatz. Marktplatz, 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 Marktplatz. 13G Marktplatz. Elder Dragons be with you. Wie viele Drachen? Ich habe 170. Möbel, Rucksack, Freischaltkarte. Drachenkammer, Erweiterung. Titelbeförderer. Titelbeförderer. Oh mein Gott. Drachengeist Bindungspaket. Attributs, Rücksetzer, Einfacher, Stellungspaket. Ich bräuchte gerne irgendwie was, um mein Inventar zu vergrößern. Dazu müssen wir Diamanten kriegen. Dazu brauchen wir aber erst Level 30, um uns Diamanten holen zu können. Und die kosten Gohle ohne Ende. Erfahrung, Drachen, Verbrauchsgürzel. Haus und Co. Häuser. Ach, Häuser kann man es kaufen. Grün, Kachel, Stein, Hochgebäude. Menge ein. Lilia Villa, antikes Zypern-Häuschen. Das hätte ich gerne. Sieht geil aus. Runter Turm. Runter Turm mit 3 Ebene. Runter Turm, Spitzdach. Gold beschlagene Lager-Truhe. Das sind die Top-Dinger, Alter. Das hier. Puppe weiblich. Geheim-Apartment. Puppe weiblich. Na gut. Ich glaube, wir müssen später nochmal zurück, wenn wir eine bessere Ausrüstung haben, um diesen Typen mehr Platz zu machen. Das scheint noch ein bisschen zu dauern. Uh, hallöchen, die Dame. Das scheint noch ein bisschen zu dauern, bis wir die Ausrüstung zusammen haben. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal warten. Alleine ist das schwer. Die Osirah besitzen die angeborene Fähigkeit, mit allen Gratoren zu kommunizieren. Dieser Blutlin ist der. Und was da kam irgendwas. Ich muss ja sagen, ich würde gerne auf Rezepturreise gehen. Also, dass wir uns hier mal mit den ganzen Viechern kloppen und hoffen, dass wir Rezepturen rausbekommen. Nein, kommt alle hier. Super. Abstandführende Oh Ja, ja, ist gut Alles wird gut Lalalalalala